Sie haben einen Bruder im 2. Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Sollten Sie scheitern, verlieren wir 1600 Mann. Darunter Ihr Bruder. Nominiert für drei Golden Globes. Na los! Wir müssen weiter! Es gibt nur einen Weg, diesen Krieg zu beenden. Kämpfen bis zum letzten Mann. 1917. Ab 16. Januar im Kino. 19. Januar im Kino.